Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Craftable. So, komm eingestiegen, schon werde ich angegriffen. Super. Ja, gut, irgendwie wird er den schon fertig machen. Nein, wird er nicht. Ach ja. So, der Wühlwurm, der wird zur echten Plage und ich weiß noch nicht, wie wir damit umgehen. Aber ich werde das nicht ausbessern hier. Ich werde auch das hier wegnehmen. So. Und ich habe vorerst mal nicht weiter runter gehen. Vielleicht hilft das, vielleicht hilft das nicht. Wir wissen es nicht. So. Was ist das jetzt? Ja, und... Ach. So, klettert alle mal rauf. Und dann verschließe ich einfach diesen Schacht hier. Ja. Kann ich den hier... So, wenn ich da rüber kletter... So, und jetzt freigeben sage. Super geht das. So, Bauherde. So, ich hätte gerne hier... Äh, Fackelchen, Fackelchen. Und da fehlt noch eine. Super. Genau. Und dann machen wir da einfach zu und interessieren uns vorerst nicht dafür. Genau. So, dann können wir nämlich auch bei Seiten... Nein. Sondern Kohle ersetzen, Kohle ersetzen, Kohle ersetzen. Und Kohle ersetzen. So. Passt. Nein. Magie werden wir jetzt keine einsetzen. Aber... Das würde ich gerne wieder weg machen. Und das ist aber ziemlich... Boah. So. Es ist eine Nacht. Ich könnte den da kaputt machen. Aber... Ähm. Oh. Ein Schaf. Das Schafscheren. Das... Ach so. Bereits geschnitten. Gut. So. Okay. Dann haben wir alles gemacht, was für die Nachtanaufgabe ansteht. So. Da... Pfefferkungstobax 1. Das ist super. Und da lassen wir einfach vorerst so... Wie... 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 Wieso? Wieso? Ach Gott. Ach Gott. So. Mach die Leiter weg. Muss ich dich echt stoppen? Muss ich dich steuern? So. Wo wir... Wo? Ach so. Der Käfer. Ja. Der Käfer. Ist mir egal. So. Mach die Leiter weg. Ach. Mach die Leiter weg. Gut. Den einen, den wir bekommen haben, werden wir gleich ausrüsten. Ähm. Der kriegt das. Der kriegt das. Was ist er denn? Ein Holzfäller. Na toll. Ähm. Dann kriegt er einen Rucksack. Magier. Machen wir einen Magier aus ihm? Nö. Ach. Kriegst sowas. So. Macht das weg, bitte. Los. Macht das weg. So. Super. Und dann ersetzt das. Krass. So. So. Da wird noch fleißig am Breitern gebaut. Da ist alles gut. Was ist... Ach so. Super. Da ist auch ein Schweinchen. Das könnte ich natürlich einfangen, aber... Ach. was soll ich. Was soll ich. So. Und bei Zeiten wollte ich mich um ihn kümmern. So. So. Los. Ehrgeiziges Projekt. So. Du kannst jetzt. Pass auf. Äh. Zwerg auswählen. Trainieren musst du nicht. Steuern übernehmen. Ja. Geh einfach in das Portal. Einfach. Geh durchs Licht. Geh durchs Licht. Nicht. Super. Na, da freue ich mich aber. So. Freigeben. Also. Wir wollen da her. So. Da haben wir das. Und das. Schneller. Ach so. Ja. Schneller. Sorry. So. Den da. Der ist wichtig. Weil dann können wir nämlich da... Super. Jetzt. Jetzt geht's weiter. Ja. Genau. Jetzt geht's weiter. So. Super. Meine Freunde. Mach den Berg weg. So. Super. Oh. Wo ist mir eigentlich das Wasser? Ach so da. Ja. Egal. So. Dann machen wir das da. Und das da. Das verlängern wir ganz gemütlich noch zweimal. So. Sehr schön. Kommt. Bemüht euch hier. Ah. Gute Zwerge finden sogar Münzen dabei. So. Jetzt kann man das wegnehmen. Wunderbar. Wunderbar. So. Wenn wir nicht springen, hat noch keinem Zwerg geschadet. So. Und noch das und das. Super. Da kriegen wir nämlich wunderbar viele Steine. Weil wir werden die Wände unserer Behausung nämlich mit Steinen auskleiden. Hab ich mir gedacht. So. Oh ja. Super. Ist das... Holzfäller. Okay. Ja. Kann man brauchen. Kann man brauchen. So. In hier. In. Super. Ja. Und der Berg ist fast weg. So. Es ist herrlich. Es ist herrlich. Sorry. So. 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 Ja, ja. Ich mach mal so herumraunzen. Was ist denn das? Wow. Während ich gerade den Berg abtrag. So. Mach die Kugel der Kaputt schnell. Wahnsinn. Immer wieder kommen die. Oh. 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 Irgendwo wird ein Portal entstehen. Und dann werden wir schon ein Problem kriegen. Oh ja. Wir werden das hinkriegen. Oh. Dass diese Dinge mir gleichzeitig passieren. Nein. Moment. Die passieren mir gleichzeitig. Ich beginne Dinge immer gleichzeitig. Hm. So. 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 Dass ich noch immer ein paar Kobolde. Was ich jetzt gerade ein bisschen... Na ja. So. Stecken da unten Leute fest? Ja. Was sag ich? Was sag ich? Da steckt einer fest. Und da steckt auch einer fest. Wieso? Wieso macht ihr das? Wieso? So. Ach. Ich würde euch am liebsten sogar die Leitern wegnehmen. Ich würde euch gerne all das wegnehmen. So. 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 Greift ihr bitte hier an. Wo sind wir da? Jäger. Sehr schön. So. So. Ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen. Und da ist das Monsterportal. Okay. Das. Äh. Ja. Das kriegen wir jetzt gut hin. So. Von da kommen auch immer Zombies. Und da unten. Ja. Jungs und Mädels. Wie viel kostet das? Zwei kostet das. So. Jetzt kann ich es aber machen. So das da hättet ihr mir holen können. Macht keiner. So. Und du bist halt echt eingesperrt. Ja. Gut. Mir egal. So. Ich brauche hier jeden Mann. So. Wo ist da? Okay. Kleiner. Ja. Unser Eulending. Oh. Doch. Der Basilisk. Äh. Der kann nicht schwimmen. Super. So. Fertigen. Ja. Gemischter Plattsalat. Okay. Ich koche euch noch was Schönes. Ich nehme diesen Fisch-Eintopf mal. Wenn ihr den Plattsalat nicht mehr wollt. Dann kann ich euch da Fisch-Ding geben. So. Da lege ich auch noch was drauf. Was haben wir noch Schönes vorbereitet? Da. Steak. Ich glaube Steak ist euch lieber. Mir ist egal. Ich habe ich. Ich habe. Noch habe ich. So. Spiegel. Können wir auch dazu legen. Das ist auch gut. So. Dann legen wir da ein bisschen Spiegel. Ei dazu. Was haben wir denn eigentlich für einen Komfort? Oh. 75. Super. So. Fertigen. Haben wir. Ein Skelettsiebel. Ein Stahlschwert. Das hätte ich gern. Dann wäre das wahrscheinlich mit dem Wurm auch gekommen. Na ja. Oh ja. So. Eisenrüstung. Fallschirm. Paketschnelle Leitern. So. Ähm. Oh. Steinmauern. Oh ja. Was ist denn das? Eine Steinbrücke. Schwarze Säule. Steinsäule. Turmspitze. So. Wir brauchen hier Sand. Wir brauchen hier Wasser. Steine. So. Eine Werkstatt. Verdammt. Schon wieder. Wir kommen immer wieder auf Werkstatt. Moment. Bevor ich da das Werkstattteil baue. Ich brauche Holzkäfige noch. Und ich brauche dieses Teil hier noch. So. Holzkäfige. Eins. Zwei. So. Das brauche ich noch. Nö. Das nicht. Da. Das kann man scheren. Scheren. So. Gut. So. Gehen wir da drauf. Wir haben was Neues gefunden. Oh. Nur noch eine Rune. Jetzt können wir das wahrscheinlich da unten öffnen. Was auch immer es ist. Aber. Das liegt hinter dem Wühlwurm. Da möchte ich eigentlich erst später hin. So. Magiekugel. Ich will Stahl. Kann ich? Kann ich? Bitte. So. Und Kohle. Geht das? So. Gut. So. Trainingspuppe ist eine coole Sache. Zielscheibe ist auch eine coole Sache. Machen wir uns sowas. Später. Das hätte ich echt gern. Was auch immer es tut. So. Dann. Was haben wir da? Eine Werkstatt. Ich brauche für die Werkstatt einen großen Tisch. Holztisch. Großer Tisch. So. Fertigen. Großer Tisch. Ich fertige zwei. Warum auch nicht? So. Haben wir da unten? Sterben. Nein. So. Jetzt gehst drauf. Und jetzt hätte ich gesagt. Wir. Gut. Da sind die Portale alle weg. So. Wir machen hier mal. Wasser sammeln. Wasser sammeln. Und dann schauen wir mal. So. So. Super. Ich will euch nicht den See ausschöpfen. Aber. Okay. Da ist kein Schaf drinnen. So. Hatte ich das nach oben gelockt? Ich hoffe ja. Und das Portal soll sich bitte jetzt schließen. So. Da könnte man. Nö. Das wird sonst abgebaut. Das. Oh. So. Eisen. Holzspitzen. Holzspitzen. Da. Die werden auch ganz gut. So. Warum kann hier nicht gebaut werden? Wachst da gerade was? Ach. Da liegt das Fangeisen. Oh. So. Jetzt passt sie. So. Da ist ganz schön viel Wasser. Holt das mal. Ja. Ja. Da schaust. Gell. Wenig Wasser. Hehehe. Hehehe. So. Wir wollten eine Werkstatt bauen. So. Fertig. Super. Werkstatt. Ähm. Was wollen wir noch? Werkzeuge. W-w-w-w-w-Werkzeuge. Super Langbogen. Ich habe 30. Schatz. Oh. Ja. Okay. So. Davon haben wir. Stahlspitze. Aber wir werden vorerst noch vorbei. Wir haben 9. Wir haben. Okay. Dann brauche ich davon einen. Ja. Was ist das? Sieb. Sieb. Äh. Effizienz bei Müller. Das ist gut. Und haben wir da schon diese Rüstungen? Ich würde zuerst sagen, bauen wir aus. Eine Steinmauer. Äh. Das haben wir ja schon. Das haben wir ja schon. So. Kohle. Ja. Haben wir Töpfchen. Ja. Ein Töpfchen. Eisen. Das Eisen geht uns schon wieder aus. Ach so. Stein. Nicht Kohle. So. Und so. Was gefällt dir nicht? Ist das nicht das? Steinmauer. Stein. Stein. Eisen. Kohle. Ach so. Ich habe. Boah. Ja. Äh. Nicht. Niemals. Nicht. Den zweiten Schritt. Vor dem ersten gehen. So. So. Da ist jetzt. Junge. Weißt du. Manchmal. Manchmal. Manchmal frage ich mich. Manchmal. Ja. So. 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 Liebes Portal. Verschwinde am besten hier. So. Ich hätte gerne in die Richtung weiter gegraben. So. Lauft mal alle hierher. So. Haben wir Fackel genug? Ich glaube wir haben genug Fackel. So. Erholt mir das Wasser doch bitte. Aber stört euch das da so sehr? Na. Ihr seid mir Zwerge. Die Mut sprießt. Die Mut. Der Mut. Das Mut. So. Ach. So. Irgendwie diese Gefahrenmusik. Aber welche Gefahr? Ja. Genau. Holt mir lieber Wasser. Bevor er da nach unten hingeht. So. Da ist irgendeiner. Genau. So. Und das war die Gefahr. Okay. So. Werkstatt ist fertig. Endlich fertigen. Die Werkstatt ist fertig. So. Wir wollen eine Mühle. Na herrlich. Ein Blumenrelief. Auch wunderbar. Wir machen neun. So. Wo ist das? Genau. Der Eib-Root-Kasten. Den wollten wir auch noch machen. Cool. Jetzt können wir die schönen Sachen machen. So. Da brauchen wir nämlich die. Die. Dafür kriegen wir. Wo war es denn da? Die Mühle. Schön. So. Die Werkstatt. Irgendeiner sollte jetzt an die Werkstatt gehen, bitte. Wobei das schon gut ist, wenn ihr hierher geht. So. Super. So. Und weil ihr da so lustig. Kohle ersetzen. Kohle ersetzen. Kohle ersetzen. Und Kohle ersetzen. Ersetzen. So. Den Skelett-Typen könnte man natürlich auch schon schön fertig machen. Ja. So. Da ist auch so ein Ding. Da ist angegriffen. Ja. Ach, da kommen die. Ja. Gut. So. 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 Das sind diese Käferchen. Ja. So. Und außerdem möchte ich gerne das Haus später noch erweitern. Äh. Sollten wir vielleicht doch in der nächsten Folge machen. Ach, der macht mir die Holzspitze weg. Verdammt. Egal. Wir haben ja. Wir haben ja. Wir haben ja. So. Ja, ich überlege jetzt nämlich wirklich. Nicht wegen dem Schaf, sondern wegen diesem Kruhltarger. Würde ich gerne wieder kaputt machen. Hm. Super. 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 Ja. Fertige mal Relief. Ja, genau. Mühle wäre immer wichtiger. Danke für die Mühle. So. Und dann haben wir hier noch. Okay. Ungefähr hier kommt die nächste Fackel her. So. Meine lieben Zwerge. Ähm. 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 Ich glaube. So. Das kann man schneiden. Also schneiden. Scheren. 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 Ich möchte, dass dieses Schaf geschroren wird. So. Aber. Du bist so ein braver Zwerg. Du bist so ein braver Zwerg. So. Ähm. Ausruhen. 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 Du könntest essen. Ausruhen. So. Wir müssen vorbereitet sein. Ja. 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 So. Super. Lassen wir es schon. Ja. Das Goldlager wäre es halt schon. Das wäre es halt schon. So. Da haben wir diese. So. Mühle haben wir übrigens schon bekommen. Die stellen wir einfach hier her. Die ist klein. Ja. Wir hätten es da zum Essen auch dazu. Wir werden das eh noch alles umschlichten einmal. So. So. Da wollen wir hier Erde haben. So. Und parallel können wir uns natürlich da vorgraben. So. So. Da. 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 Das ist der Feind. So. Da haben wir jetzt den Bergarbeiterkrieg. Da. Kommt eine Fackel her. Das weiß ich ja jetzt schon. Sehr gut. So. So. Und so. So. Sehr gut. So. Da schlafen einige. Aber nicht alle. Deswegen. Ähm. Gibt es jetzt ein Portal. Ach so. So. Ein Portal. Ähm. Gibt es hier. Und ein Portal gibt es hier. Das ist das Beste. So. So. Dann kann man da her. Ja. Ja. Ich denke man sehe. Aber was hilft es uns. So. Deswegen. Nicht ranzen. Graben. So. Ich werde hier nicht durchkommen. Warum nicht? Hm. Naja. So. Sehr gut. Nein. Die Fackel kommt hierher nämlich. Moment. Fackel. Was? Ja. 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 So. Super. Da ist noch ein Buch. Schmiedebuch. Sehr schön. Gefällt mir gut. Ah. Ist das geil. So. So. Ja. Ich weiß. Mit mehr Mana würde ich mir leichter tun. Dann darfst du es nicht immer ausgeben. Ja. Das dachte ich mir auch schon. So. Tü 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 tü. So. Wir haben da vier Schafe. Das freut mich auch sehr. Nein. Schneiden. Keine Schere. Ähm. Ähm. Wenn wir hier. So. Ich werde angegriffen. So. Er hier. So. Da will ich unbedingt wieder. Hier eine Fackel. Hier eine Fackel. Damit das da. Da wollen wir hier. Und hier eine Fackel. Super. So. Die Mühle ist fertig. Ich freue mich über die Mühle. Ich freue mich schon ganz schön über die Mühle. So. Wieso. Also. Manchmal. Macht. Macht doch was ihr wollt. Wieso. Na. Egal. Ich würde euch so gern jetzt. Ja. Das machen wir vielleicht später. Ähm. Später ist gut. Weil wir werden das in der nächsten Folge machen. Ja. Geh weiter. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020